und er hat die Stimme gut aber trotzdem erschrocken um und die Punkte sind bei mir irgendwie verpackt gerade ich bin voll mit Pumpkins wenn der es könnte ich nicht so dann gehen wir mal nicht da dran nur ließen auch auch gut was er ist halbwegs übernehmen jetzt schliegen als böse als ein Schaum Wo geht's denn hier in die Stadt rein? Ah da vorne geht's in die Stadt Da sind zwei Häckschen Da sind zwei Bitchs Wo sind die Bitchs? Hier ist ne Innen Wo ist ne Bitch? Wo ist die Bitch? Die packen wir in Nerd Bitches Please Äh ja, aber wo ist die Stadt überhaupt? Sind Bob schon da? Hier hinten Wartet auf mich nicht so schnell Und wie es zum Teil bei mir wieder Left Frame Anbrüche gibt Nein So Ich denke ich wäre jetzt mal meine Klasse Das ist nämlich der Guardian und nicht der Berserker Ja, Text Your Tech Speed is increased with each shit Nix da, ich will hier mal 25% Health mehr Lassen kann ich nicht blocken Moment, ist hier der Klasse Trainer irgendwo? Wieso? Wieso? Mit Level 1 kannst du ohne Mit Level 1 kannst du ohne Gadget Und auch nur einmal Du musst nur ein Move Learn drücken Naja, bist du nicht die ganze Zeit wann du Level 1 bist geht dort Hey, hier kann man sich Waffeln kaufen Tatsache Von den Waffeln kann man sich ein Terrier erzählen Wo bist du, Fischschädel? Hier hinten schon bei den Glaslacher Genau Da drin kannst du dir eine Waffe kaufen Ich bin hier in der Waffe Da ist sogar direkt ein Terrier Ne, ist ein Collie Erstmal hier mal ein gesamtes Geld in den Glasflaschen raushauen Lass mal hier so Ah, bessere Ringe versuchen zu kaufen Oder halt Stäbe Boah, der Stab ist schwächer Ihr habt alle Geld außer ich Die nächsten Ringe gibt's erst mit Level Nö, ich hab auch kein Geld mehr Nein, ich hatte gar kein Geld Scheiße, wo ist das nächste Wasser? Oh ne, ganz am Anfang Ganz am Anfang gab's Wasser Ey, das kann jetzt nicht euer Ernst sein Ich will jetzt nicht bis ganz zum Anfang wieder rennen Nur für Glas, nur für Wasserflaschen Ähm, doch, weil hier nur ne, ist kein Wasser Außer hier gibt's nen Brunnen Uiuiuiui Oder wir konnten einfach ein bisschen Vielleicht finden wir irgendwann wasser Ja, das wäre ja nicht gut, weil dann würde ich mir nämlich auch Haltrinken machen Weil ich hab nämlich nur noch einen Ja, aber wir können uns ja, wenn wir ein Lagerfeuer finden, auch noch andere Sachen machen Mhm Die nicht funktionierenden Ich könnte mich hier könnte ich gegen den Zug machen Das würde ich auch was aber Das würde ich auch was aber Hör auf noch mehr Pumpkins Kommt ihr auch Da ist nicht wirklich ein Langschwert Sondern für mich ein besseres mit mehr als vier Schaden Nein Okay, Schade Ich hätte eine Holzkeule Mit 8 Schaden Die bringt mir nicht viel Wieso? Dann bleib ich über ein langes Schwert Und 4 Schaden Ich hätte 8 Schaden Keule bringt mir aber nicht viel Die kann ich nicht ausrüsten Doch Power 1 Nein Ja, aber für Warrior Nicht für Rose Steht nicht dran Steht nichts dran Doch Steht nichts dran Doch, wenn ich schon so oft sehen schon Dann gib's halt mal auf Bei dir steht nichts Bei dir steht nichts dran Bei dir steht nichts dran Weil du die klasse bist Oh Warte, ich halte dich mal Mach mir nur schwer Ich halte dich mal auf und ich halte dich mal auf Sehe Ich halte dich mal auf Schaden Ich halte dich mal auf aus Um Diagnose das ist gerade das Attacke rausgedreht ja aus dem Heilen Gott passt auf zum nächsten Gegner wenn ich mich schon wieder na solltest du nicht, ich hab alles ausgemacht gerade schon nicht, bis ein Frog mehr, ach das ist sogar noch Kumpel, ey noch ne Blume, noch ne Blume ich versuchte die Wasser, damit die Wasserfasche machen können und somit meine Dings oh da ist ein Org, oh da ist ein Org ja ich hab jetzt viel bekommen da rechts ist ein Org ein Orga tötet die Pferde das ist übrigens ein EP nee nee das auch H.P. macht's wirklich mir so gut wie tot genau immer von der Pferde weglocken und dann und auf zum nächsten Pferd Achtung jetzt Heilung ja eben jetzt ist meine Heilung ich hab gar nichts mehr über das wir schaden machen ich bin level up mich so jetzt machen wir erst mal hier schön jetzt wartet erstmal auf mich ich bin euch gerade nicht mehr und was oh mein Gott, wie weit bin ich für dich zurück weg ach level up und jetzt kann ich hier Pumpkin Muffins machen, ey kann healing skill kann man ein Pumpkin Muffins machen kann man ein Pumpkin Muffins machen wupp dich hast du kein XP bekommen? doch ach schade ach da unten ist ne Höhle hoch Og wow Geiler Eis höhle np er erreicht ist glaube ich wasser bitte das wasser dann auf zum wasser was denn ja hallo haase und tschüss haase b Bummen nur noch gleich ein Lagerfeuer, damit man in unsere Pamp-Germatt nichts machen kann Daugen geht nicht Juxa Daran habe ich jetzt weißen Nebel Wartet auf mich, ich habe Paarßen getötet Da ist sogar direkt ein Lagerfeuer und wird gleich nachdem ist richtig dunkel nur einer Mensch sagen, warum ich über diese scheiß Frame-Brüche habe das Spiel ist noch in der Alta wenn man jemand sagen, wo hier nichts eingefroren ist Das gehört was, was kommt denn eingefroren a a a a a a a a Eichhörnchen! 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 Hilfe! Eichhörnchen! Komm bitte nicht! Eichhörnchen! Verrecker! Eichhörnchen! Hier drüben müsste ein Fluss irgendwo gewesen sein, habe ich eben gesehen, ja da! Ja, da drüben! Wir könnten das natürlich auch einfach hier machen! Aha! Eichhörnchen, dass wir das auch hier machen können! Oh, fein, Alter! Was hat mir das getan? Hilfe! Geh doch da weg! Junge, erwieden! Lasst euch sterben! Ob wir so verfolgen, sonst kommt ihr doch auf mich, Agro! Leute, wo bin ich? Ich seh nichts! Oh fuck! Heimisch! Oh fuck! Oh fuck! Oh, kann man, man kann doch laufen, während die Map offen ist, das hab ich gar nicht gewusst! Mami! Ben! Du bist du! Ich lauf gerade wieder zu euch! Ben, bleib stehen! Ben, bleib stehen! Ben, bleib stehen! Bin ich aber scheiß drauf! Doch nicht du, heißt du Ben! Ja! Ich bin noch stehen geblieben! Ich bin doch jetzt schon da! Ich bin noch stehen geblieben! Scheiße! Ich bin tot! Ben, komm, bleiben wir jetzt einfach hier! Warten, bis ihr auch stirbt! Und du stirbst jetzt! Du verwechselst uns die ganze Zeit! Natürlich verwechsel ich euch! Ich bin auch schon da! Wir können dann jetzt hier auch jetzt Wasserflaschen machen, nur zur Info! Aus welchem Wasser? Aus dem, in dem wir stehen! Das ist eigentlich kein Wasser! Das ist eigentlich kein Wasser! Das ist Wasser! Aha, das spießt noch ein Alpha-Gram! Also da darf man sowas! Es wachsen ja nur Wassersträucher hier in dem Ding, was die Eis nennt! Ja, was soll es sonst sein? Du kannst drauf rumlaufen! Das heißt, das ist... Ja, kennst du nicht so was wie ein Bad? Oder... So was wie der Nichtschwimmerbereich von nem Pool? Nein! Da kann man an, da kannst du auch drin laufen und es ist trotzdem Wasser! Wo ist denn jetzt das Feuer, Herr Adas? Das hat Feuer! Voll voll! Ey, die Leute werden sich grad fragen, ey, zeigt uns heute nur die Rezepte oder was? Ja, vermutlich! So... Pamke Mann, Franz! Fünfzehn Stück kann ich nicht machen! Fünfzig Stück! Ja, genau! Wasserfasche! Ich bringe mir zur Wasserflasche! Das dauert jetzt erstmal, bis ich das fertig hab! Wart! Ja, die fünfzig Pumpkin-Muffins! Ah, schau! Ich bringe mir fünfzwanzig! Ach, du auch! Zwanzig, muss ich noch machen! Fünfzehn! Und was soll das Gampel werden, Ben? Ich bin fertig und ich warte auf euch! Es wird jetzt eh grad Nacht, das ist voll scheiße Nacht, das ist sowas von dunkel, ja! Mach's mir fertig! Mach's mir noch die drei Kinseng-Suppen! Kinseng-Suppen! Ich mach' jetzt erst mal hier die Live-Potions! Ich mach' jetzt erst mal hier die Live-Potions! Das noch jetzt mehr Stück! Und ich schlafe nur ohne! Damit die Zeit noch schneller umgeht! Ne, wir können auch! Ne, wir können auch! Wop! 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 Wop!